Eine Kraft von 500 Newton wirkt 10 Sekunden lang auf eine Masse von 800 Kilogramm. Wie weit gelangt diese Masse? Wir können uns die Situation so vorstellen. Die Angaben sind die Kraft F beträgt 500 Newton, die Zeit T beträgt 10 Sekunden und die Masse M beträgt 800 Kilogramm. Wir suchen die Länge der zurückgelegten Strecke. Diese Länge X drücken wir in Meter aus. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass diese Kraft F diese Masse M in GGBB versetzt. Hier wird aber nicht gesprochen von einer Anfangsdistanz und auch nicht von einer Anfangsgeschwindigkeit. Also können wir für diese Aufgabe diese vereinfachte Formel einer GGBB einsetzen. Um X herauszufinden, brauchen wir A und T. T kennen wir. A noch nicht. Aber wir kennen F und M. Und somit wird das Grundgesetz der Dynamik uns ermöglichen, die Beschleunigung A zu finden. Legen wir los. Da F gleich ist zu M mal A, muss A gleich sein zu F geteilt durch M. Also zu 500 geteilt durch 800. F auf M, das macht 5 Achtel. Das heißt 0,625 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt setzen wir diese Formel ein, denn wir kennen A und T. Für A setzen wir 0,625 ein und für T diese 10. Und somit finden wir, als Länge der zurückgelegten Strecke X, 31,25 Meter. Die Endantwort auf diese gestellte Frage lautet also, die zurückgelegte Strecke misst 31,25 Meter. So, wir wissen 5